Habe ich überhaupt Ton? Die Enigma war ja eine Verschlüsselungsmaschine. Zumindest. Da muss ich mich wieder inkognito stylen. Und zwar geht es jetzt um die Enigma. Weisst du, was die Enigma war? Nein. Die Enigma war eine Verschlüsselungsmaschine, die sie im Zweiten Weltkrieg gebraucht hat. Hier oben konnte man drehen, dahinten musste man Kabel einstecken. Also richtig schön kompliziert. Wenn du den Schlüssel nicht gehabt hast, hast du keine Chance, um es zu entziffern. Und wie sie es entziffert haben, haben sie dann in den Krieg gewonnen. Also irgendwie so. Auf jeden Fall, das ist auch Krieg getan. Da musst du wirklich in den Krieg ziehen. Den Code liessisch ist es nicht viel einfacher, aber man kommt auch nicht drauf. Also ja, die Fragen wollen wir ja noch haben. Wir haben ja noch gar keine Frage. Was heisst der Text da übersetzt mit der Enigma? Mit dem Tagesschlüssel von wem? Du siehst, das 3G ist dann auch fast leer. Also du musst dann das Relefon wieder mal aufladen. Er hat mir da Screenshots gemacht und zwar vom 15. Benötige dazu. Also da bist du auch noch sehr engagiert, nur schon zum Lesen. Lassern.